Mama, da bist du ja. Ich brauch Hilfe bei dieser Frage. Wie lautet die Frage? Was ist mein mittler Name? Du hast mir niemals erzählt, dass ich sowas habe. Es tut mir leid, aber ich kann dir das nicht sagen. Mama, willst du mich jetzt nicht ersterbisch? Ja, okay, es ist die. Die wie Goldie Roger oder Monkey D. Ruffy? Ja, genau wie aus dem Anime. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich heiße Bruder D. You. Endlich die letzte Frage. Ich dachte, die letzte Frage wehtat. 17. Juni 2022. Ich sagte 17. Juni 2022. Was passiert hier gerade?